die äh sieht gut aus jo dann lass uns ja es geht auch bei mir wieder bist du bereit? ich bin bereit 3 2 1 1 so jawoll und damit herzlich willkommen zu der mittlerweile vierten Folge von Barrow fünfte hä? Nein, das ist vierte oder? ne, wir haben einen auf jeden Fall ja okay es ist wie okay es ist so dass ein Weg von meiner Seite äh hat man die Spitzkarte kaputt oder und in der Martinsdorien gemacht ich bin davon verbrauchst du den Zauber zauberdings hier vor der ich hab zaubertätig irgendwo am Schwerpunkt mein Spitzkarte ist weg ich glaub einfach 9 was haben wir jetzt ich hab den Kurs dabei und heute 8 was ich machen ja noch auf jeden Fall haben wir uns waren aber nicht muss er noch nicht alle das sind die erledigen dann machen wir nämlich sieben 8 15 das sei überhaupt kein Trigger ähm ganz mehr herkommt ich hab ein bisschen zu viel ach so ja mal kurz das sind so ist er kann man brauchen mehr nicht mit Zuckerwurm das macht auch nicht das ist jetzt er da kann jemand nur ein abbaulich machen egal so zieht diese Folge ist natürlich weiter die aus dem Markt ein wir haben halt schon richtig viele und auch 3 ja wir haben halt auch 19 Gang ich glaub ich mach ab hier den Zeitraffer und los geht's jo ja 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 ich hab gesehen ja 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 oh mein Gott das sind viele das ist gut ja nein nein ich hab die Neue mit einer Steinspeak abgebaut das ist eine Steinspeak zu haben ich habe die Neue mit einer Steinspeak abgebaut ja 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Aber immerhin 8 Minuten. Nein. Das andere Brot auch ist klar. Warte mal kurz. Nein. Das andere Brot. Was? Das andere Brot. Das ist nicht so gut. Ja, 8, Dios. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Musik Kann sich da aufnehmen? Theoretisch geht's noch 10 und würde ich sagen, weiter kann's die Folge hier. Dann kommt zurück zu den Öfen und wir bauen uns wieder an der gleichen Stelle ein. Ja, oder? Lass uns einfach so bleiben. ja aber ich habe jetzt jetzt keine lustige zu meinen gegangen ist noch alles zubauen außerdem weiß ich nächstes mal überhaupt nicht mehr ich weiß nicht ob es nächstes mal ich bin mir geben wird wo bist du bist du heilige achten ich komme ich komme ich komme nein nein ich komme ich bin eingebaut eingebaut geradeaus keine Ahnung egal ich gehe raus ja aber es ist Junge hast du diesen mega langen Gang nach links gebaut wir schieben bei Fakkeln um, hast du Fackeln gebaut? nein dann sind wir bei irgendwelchen anderen Spielern ich weiß oha Alter ich glaube es ist ein Jura so mein Wiener ok ja dann war es das sie von meiner Seite und dann lass morgen in andere Höhe gehen auf jeden Fall ja das war auf jeden Fall und dann ich sage Bau nicht mehr war mal ein bisschen weiter jo dann bis morgen ne jo tschau Tschüss